Die Firma Schildrack ergänzt ihre Produktpalette mit dem neuen Modell SwissTrans. Der Hersteller ist so in der Lage, basierend auf dem Prinzip des Eurotrans, mit dem nun schlankeren Transporter deutlich mehr Kundenbedürfnisse abdecken zu können. Ausgestattet mit einem 175 PS starken Sechszylindermotor von Deutz, der die Abgasstufe 4 erfüllt und für die kommende Stufe 5 bereits vorbereitet ist, kommt der SwissTrans als richtiges Kraftpaket daher. Beim neuen Transporter stehen die zwei Getriebevarianten, das stufenlose CVT-Getriebe sowie das Vierganggetriebe mit drei Lastschaltstufen und lastschaltbarer Wendeschaltung zur Wahl. Beide Getriebe haben sich beim Eurotrans bereits erfolgreich bewährt. Sie stammen aus eigener Produktion, sind also Swissmade und via patentiertem Pendelschassis mit dem Motor verbunden. Die übersichtliche, harmonisch gewölbte und im eleganten Grün-Metallisé lackierte Kabine vervollständigt das Erscheinungsbild des neuen Transporters. Standardmässig ist sie ohne Türen, demzufolge auch ohne Klimaanlage verbaut. Die Kabine lässt sich elektrohydraulisch kippen und ermöglicht so einen optimalen Zugang für die Wartungsarbeiten. Über den Joystick werden sämtliche Fahr-, Getriebe- und Hydraulikfunktionen gesteuert. So unter anderem auch das Pick-up des Ladegeräts, alles in einer Hand. Das mittig angebrachte Keypad ist für weitere Bedienfunktionen konzipiert. Der Swiss-Trans baut auf dem bereits EU-zugelassenen Prinzip des Eurotrans auf. Äusserlich fallen die nun 18 Zoll grossen Räder anstelle der 20 Zoll grossen auf. Mit dieser Bereifung ergibt sich eine Höhe von 2,40 m. Beim Radstand kann zwischen 2,95 m und 3,35 m gewählt werden. Vorhandene Aufbaugeräte in konventionellen Dimensionen lassen sich so problemlos nutzen. Die Standardversion des Swiss-Trans bietet eine Nutzlast von 7,5 t. Das zulässige Gesamtgewicht liegt bei 12 t. Dank Baukassenprinzip bietet sich dem Kunden die Möglichkeit, den Swiss-Trans exakt auf seine Bedürfnisse abzustimmen. Optionen wie Achsfederungen, Allradlenkung, Retardobremse, Klimaanlage, Türen, Bereifung – insgesamt über 40 Positionen – können je nach Wunsch zusätzlich gewählt werden. Der Startschuss für die Serienfertigung ist bereits erfolgt. Der Basispreis für den Swiss-Trans liegt bei 179.500 Schweizer Franken. Untertitelung des ZDF für funk, 2017